Hi Leute, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar habe ich für euch die Straßenbahn gefilmt in Duisburg. Da war ich an den Haltestellen Duisburg Hauptbahnhof, Duisburg Rathaus und Lutherplatz und zur Universität. Nun wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020